Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Minister! Ihr Haus ist ja das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Deshalb beraten wir heute auch den Haushalt für die digitale Infrastruktur. Nur da gibt es nichts zu beraten. Sie haben zwar einen Titel geschaffen, aber da steht nichts drin. Sagen wir es offen und ehrlich, wie es ist, Sie stellen keinen Cent für den Breitbandausbau in Deutschland für das nächste Jahr zur Verfügung. Wo investieren Sie denn in die Zukunft? Sie setzen den technologischen Fortschritt so aufs Spiel, Sie lassen die ländlichen Regionen zurück, und Sie riskieren sogar die Energiewende. Das ist verantwortungslos. Dafür, dass die digitale Agenda ein Schwerpunkt dieser Bundesregierung ist, ist das nicht mal wenig, sondern gar nichts. Sie pokern nämlich mit Einnahmen aus einer Frequenzversteigerung, von der noch keiner weiß, wann sie kommt und wie viel sie bringen wird. Vom Gewinn müssen Sie auch noch Entschädigungen zahlen, zum Beispiel an Mikrofonanlagenbetreiber, die sich neue Anlagen zulegen müssen. Und Sie müssen die Einnahmen mit den Ländern teilen. Da bleibt von dem Ungefähren nicht mal die Hälfte. Ich frage Sie, was ist das eigentlich für eine unseriöse Politik, mit ungewissen Einnahmen aus einer Versteigerung in der Zukunft zu planen? Sie können doch auch nicht Ihr Eigenheim mit einem möglichen Lottogewinn finanzieren. Das haut Ihnen doch jeder Buchhalter um die Ohren. Applaus Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie, Herr Dobrindt, sind der große Verlierer dieser Haushaltsrunde. Das, was Sie hier machen, ist mutlos und zukunftsvergessen. Wir können nicht immer nur warten auf die Unternehmen und ihre Investitionen, auf Erlöse von Versteigerungen, auf ein Wunder, das uns weiße Flecken tilgt. Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Und wenn wir nicht wollen, dass dieses Land den Anschluss komplett verliert, dann müssen wir das jetzt endlich tun. Applaus Wir Grünen haben vorgelegt, eine Milliarde Euro für den Breitbandausbau. Diese eine Milliarde hatten Sie mal ursprünglich eingeplant, aus dem Koalitionsvertrag aber wieder gestrichen. Mit dieser Milliarde, die wir nun in unserem Antrag zur Verfügung stellen, machen wir Ihre Hausaufgaben. Wir wollen in die Förderung investieren. Damit können erste Regionen, wo sich Investitionen nämlich nicht lohnen, für die Unternehmen angeschlossen werden, vielleicht ja sogar auch Ihr Wahlkreis in Bayern. Zum anderen stellen wir Bürgschaften über die KfW in Aussicht, damit investitionswillige Unternehmen bessere Chancen auf Kredite von ihrer Hausbank haben. Und wenn Sie Ihren Job nicht tun, dann muss halt die Opposition ran. Applaus Außerdem wollen wir einen Baustellenatlas, auf dem geplante, größere Tiefbauarbeiten verzeichnet sind. Wenn bei eh aufgerissenen Straßen Kabel und Leerrohre eben mitverlegt werden können, können die Kosten beim Breitbandausbau deutlich gesenkt werden. Wir sind der Meinung, Deutschland braucht Breitband. Ohne schnelles Netz wird die Wirtschaft abgehängt. Ohne Anschluss verlieren viele Bürgerinnen und Bürger den Anschluss. Wir meinen es ernst mit der Energiewende. Wir brauchen mehr Energieeffizienz. Und dazu brauchen wir Breitband, um beispielsweise Smart Beatering, energieeffiziente Serverparks oder eine effizientere Logistik voranzubringen. Eine konkrete Milliarde für eine konkrete Zukunft statt Konjunktive mit Frequenzversteigerungen, das legen wir vor. Und nun sind Sie am Zug. Letzter Redner zu diesem Einzelplan ist der Kollege Ulrich Lange für die CDU-CSU-Fraktion.